Seit 1874, also seit 147 Jahren, ist die Sparkasse im Spital schon vertreten. Das Facelifting jetzt 2020 und 2021 zeigt sich vollend an der Außenfassade mit die Holzelemente, mit den bodentiefen Fenstern und dem hellen Anstrich. Der Empfang der Sparkasse ist über unser Foyer mit dem Stadtcafé verbunden, bildet sozusagen eine Einheit als Kommunikations- und als Begegnungszone. Die Begegnungszone wird dann auch im Freien am Burgplatz direkt vor dem Schloss Potschier und vor der Sparkasse dann weitergeführt und das Bespielen des Platzes war uns mit unserer regionalen Verantwortung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Innenarchitektur wurde nach den bekannten und bewährten Wohlfühl-Filalkonzept 2020 der Sparkasse umgesetzt mit den hellen Räumlichkeiten, mit eigenen Beratungsbüros, mit der Umsetzung von neuen Konzepten, mit den Gemeinschaftsbüros und dadurch entsteht für einen Kunden in der Beratung ein ganz anderes Gefühl der Qualität. Und ich hoffe einfach, dass wir da eine gewisse Vorreiterrolle auch für zukünftige Projekte und Entwicklungen in der Sparkasse setzen konnten und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Untertitelung des ZDF, 2020